Liebe Freunde, heute brauchen wir wirklich mal eure Mithilfe. Das ist eine ganz schwere Entscheidung für uns. Und zwar geht es um Bild- und Tonqualität. Also die meisten Videos, die wir machen, die machen wir tatsächlich mit unserem Telefon. Und dann haben wir noch eine Zweitkamera mit einem externen Mikrofon. Aber da gefällt uns die Bildqualität halt überhaupt nicht. Jetzt habe ich mal unsere große Spiegelreflexkamera. Da kann ich ja die Objektive austauschen. Habe ich jetzt mal für dieses Video benutzt. Und klar, man hört jetzt das Geräusch vom Objektiv, wenn das fokussiert. Das sage ich euch schon mal vorweg. Für die, die das Geräusch jetzt nicht verstehen, was da ab und zu mal kommt. Ja, aber ich denke, die Bildqualität ist um Längen besser. Um Längen. Ja, jetzt wäre es natürlich toll, wenn ihr vielleicht das Video anguckt und die Qualität beurteilt. Das würde uns riesig freuen und auch weiterhelfen. Wenn das wirklich so ist und wir unsere Einschätzung glauben können, dann verwenden wir halt öfters halt auch diese Kamera. Aber ich finde, Bilder sind was ganz Wichtiges. Und ja, da muss halt die Qualität auch stimmen. Und vor allen Dingen, wenn wir das da haben, wir haben die Kameras, dann können wir die auch nutzen. Natürlich ist das umständlicher, weil so eine Spiegelreflexkamera ist ja viel, viel schwerer und muss halt immer mitgeführt werden. Aber diesen Kompromiss würden wir einfach für euch eingehen. Also seid bitte so lieb, schaut euch das Video an und schreibt es unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und hier zu dem Bildmaterial, das war eher spontan, ich habe die Kamera jetzt dabei gehabt. Und da die Schule angerufen hat, da Tommy ist ja gerade in der Ferienbetreuung und die geht normalerweise bis 15 Uhr. Aber heute sollte er bereits um 10 abgeholt werden. Die kamen nicht mehr mit ne klar. Und somit sind wir natürlich wieder gesprungen und haben ne abgeholt. Und naja, also ohne Worte, das geht schon die ganze Woche so. Normalerweise 15 Uhr, Dienstag waren wir schon bei 13 Uhr. Heute sind wir bei ganz rausnehmen. Also, ja, wenn ihr mehr zu solchen Themen wissen wollt, dann sagt uns Bescheid. Auf jeden Fall haben wir ja auch einen Kommentar bekommen und ich weiß gar nicht mehr, wer es geschrieben hat. Aber die Frage war, warum Anna nicht so viel spricht. Deswegen fragen wir die Anna mal selber und dann ist die Frage für euch beantwortet. Anna, warum sprichst du nicht so viel auf den Videos? Frauen sprechen nicht viel. Achso, habe ich schon mal anders gehört. Aber möchtest du in Zukunft mehr sprechen? Ja, vielleicht. Ja. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Na, da haben wir es doch schon. In diesem Sinne war es das von uns. Genießt das Video. Lasst einen Kommentar da und wir hören und sehen uns später. Macht's gut, Freunde. Ja, da haben wir es doch schon. Papa, Mama. Mama, Mama. Mama kommt gleich. Die Mama kommt gleich. Mika, Mika. Nee, Mika, nicht. Jäger. Wat? Mama, Mama. Mama kommt gleich. Toa mei. Toa mei. Toa mei. Toa mei. Toa mei. Toa mei. Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 Sollte Das war's. Manche. 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 Moche. Manche. Manche, manche. Kasch, Kasch, Kasch. Kasch, Kasch, Kasch! Machnach! Geh, geh, geh! Machnach! 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 Machnach!